... Musik ... Oh, einer geht nur voll daneben, eine andere trifft da hin. Was? Zwei Torpedos? Wo? 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 Oh, da drüben. Ah, okay. Ah, jetzt geht's kaputt, ey. Na ja, bitte. Jetzt können wir reparieren, das müssen wir eigentlich meinen Motor wieder da in Gang kriegen. Na, sehr schön. Dann können wir wieder ein bisschen manövrieren. Gibt's noch drei Schiffe, okay. Durchdreht weg. Ah, der kommt vor, alles klar. Dann... Kommt, dreh die Kanonen. ... Musik ... 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 ach scheiße wir wollen jetzt in den kreis oh kacke hier schulder sind verfickte ja ich seh es ich seh es ich seh es brems boah wie saß er in diese verkackten inseln da aber die gegner kommen jetzt unten, dann passt das ja oh, bisschen zu hoch ach komm, hätt ich getroffen? naja klar hätt ich getroffen oh torpedos treffen die jetzt erst alle vier alle vier wahnsinn das bin jetzt auch schießt du was? schießt du mal für jemand anderes mensch von wem bin ich jetzt abgeknallt? äh war das ein torpedos? ne ach kacke so 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 da wird schon auf mich geschossen so 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 da kommt noch einer, der wird uns hier, der wird uns doch tatsächlich hier wir fahren weiter und drinnen aber rum bin ich denn jetzt hier? ok da kommt auch einer, ist der? ja der ist da oh, bin in die insel gefahren, oh schön der Hauptturret, kritisch verabschiedet den versenkt er mal anders uh, da hinten auf Ah, ich wieder jemand anders versenken. Kacke. Wo kommt denn der nächste schon hervor? Ah, ja. Ja. Ich bin mir da wohl unschlüssig. Ich habe immer das Gefühl, dass die HE mehr Schaden macht, wenn sie gescheit treffen. Ach, wo drehe ich denn hin? Ich muss in die andere Richtung drehen. Vielleicht kommt das aber auch drauf an, auf was ich schieße. Kleine Schiffe sind HE vielleicht besser große, mit der dickeren Panzerung. Die Panzerbrechende. Ist das eine Insel irgendwo? Ne. Ja, du hast recht. Ach, nö. Alles daneben gekümmelt. Oh, jetzt schießt er auf mich. Die Sau. Bin ich alleine eigentlich gegen den? Ja, irgendwie schon. Du hast recht. Sehr recht sogar. Komm, geh einfach unter. Geh einfach unter. Jawohl, hab ich ihn. Yes. We destroyed an enemy battleship. We destroyed an enemy battleship. Ja, ich bin so gut. Nein, dank dir. Oh, da war mir gar nicht schlecht. Ähm, ja, danke. Ne, du hast recht. Hast echt recht. Ähm, können wir uns hier schon was... Äh, 3-8. Yes, wir können. Ähm, was sollen wir nehmen? Mal Flugzeugträger? Fände ich ja jetzt fast ein bisschen lustiger, mal das auszuprobieren. Ah, okay. Ja, ich dachte immer, wenn man vielleicht gegen... Ja, wenn die Schiffe brennen, gibt's ja auch Schaden. Gut, vielleicht machen die HE erst zum Schluss Sinn, wenn das Schiff schon durchlöchert ist. Ähm, durch die Panzerbrechende. Ich hatte es aber auch schon, dass ich mit der Panzerbrechende zum Beispiel weniger Schaden gemacht habe. Dann habe ich ja auf die HE genommen und die haben noch mehr Schaden gemacht. Aber gut, dann ist jetzt die Frage, woran das... Vielleicht liegt es wirklich an der Größe vom Schiff. Oder am Schiffstyp. Können wir den überhaupt schon erforschen? Ne, den können wir ja gar nicht erforschen. Da fehlen sie auch noch. 1.000 Punkte. Sie hat wenig Problem, ja klar, hat zu wenig Problem. Oh, die ist aber deutlich. Meine früher war... Manövrierbar. Schweres Wort. Okay, die hatten Grunddings von 21. Dann da geht's auf 24. Und dann auf... Bleibst du bei 24? Ne, ist ja doof. Okay, das weiß ich. Okay, das weiß ich.